Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Quick-Guard, heute mit einem Flipper von Jersey Jack Pinball und zwar dem Pirates of the Caribbean. Das Schöne ist, hier sind alle fünf Teile enthalten und das ist dann auch auf dem Backglass, auf den Animationen, auf dem Playfield überall zu sehen. Wir haben hier Captain Jack Sparrow, ganz links haben wir auch Salazar aus dem fünften Teil. Nicht nur alle Schauspieler sind enthalten, aber auch so viele Gimmicks aus den Filmen. Wir haben oben noch diese Black Pearl, die sich hin und her bewegt, in der Mitte die Dead Man's Chest. Also es sind für Fans der Filmserie eine ganze Menge Inhalte drin und es ist wirklich ein sehr hübscher Flipper. Wir starten ein Spielchen, wir ziehen die Kugel ab. Bevor wir zu den Skillshots kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei The Pinball Rocker. Ich durfte nicht nur vorbeikommen und den Flipper filmen, wir haben den im Anschluss auch zusammen auf Twitch live gestreamt. Es war wirklich ein sehr, sehr lustiger Abend und wir machen das im nächsten Jahr nochmal. Du hast ja noch eine Gold Wings, da freue ich mich auch drauf. Zurück zum Flipper, es gibt eine ganze Menge zu tun. Wir haben für jeden Film die ganzen Kapitel, die wir spielen können und dann nachher noch den Wizard Mode. Also es gibt hier sechs Multibelle und sechs Wizard Modes, bis wir dann nachher wirklich zum Finale kommen, Break the Curse. Aber bis dahin ist es wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Auf dem Display wird auch angezeigt, welche fünf Filme, welche Kapitel wir schon gespielt haben. In der Mitte sieht man auch, welchen Charakter wir ausgesucht haben. Das ist am Anfang auch ein bisschen viel. Wir haben da Gott weiß wie viele Charaktere zur Auswahl. Jeder Charakter hat seinen Vorteil, beziehungsweise auch seinen Nachteil. Und damit ändert sich halt auch das Spiel. Also man muss sich wie bei jedem Jersey Jack ein bisschen reinfuchsen. Am Anfang beim Skillshort, ich kann ihn kurz abziehen. Dann kommt er hier in die Jets. Damit kann ich das Mystery Level hochziehen. Man sieht ja auch hier bei dem zweiten Jet direkt davor diese Mulde. Da ist ja auch Mystery beleuchtet. Dort kann ich auch nachher den Tortuga Multiball starten, wenn ich genug Gold gesammelt habe. Das Level ist aber auch insofern entscheidend, weil wenn ich Mystery Level 1 habe und mir dann Mystery abhole, kriege ich vielleicht ein paar Punkte. Vielleicht auch mal einen Bonus Multiplikator, aber nicht wirklich was Besonderes. Wenn ich aber das Mystery Level auf Level 10 hochschraube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Extrawall bekomme, natürlich wesentlich höher. Also achtet da auf jeden Fall auch mal auf das Level. Als nächstes kann ich die Kugel auch medium abziehen. Dann geht die direkt unter die Black Pearl. Dann geht die auch da direkt aufs Playfield. Kann auch sehr nützlich sein, je nachdem, was ich gerade erreichen möchte. Und ich kann die Kugel auch komplett fest durchziehen. Dann geht die einmal hinten rum und kommt dann auch durch den Loop auf den linken oberen Flipperfinger raus. Und kann dann damit auch direkt in diese Map schießen, in diese Karte und kann mir da auch diesen Award abholen. Und das kann teilweise auch sehr wichtig sein. Ist aber auch mit ein bisschen Glück verbunden. Wir haben hier direkt unter der Black Pearl diese drei Ziele sitzen, die wir perfekt mit dem linken oberen Flipperfinger treffen können. Und daneben auch direkt die Captains Quartier. Da können wir uns dann nachher abholen. Die Map, wie gesagt, was dabei rauskommt, ist immer ein Rätselchen. Kann was Tolles sein. Es kann sogar sein, dass ich mir einem Gegner eine Kugel klauen kann, wobei das eigentlich relativ selten vorkommt. Trotzdem sind die Awards eine ganze Menge wert. Wir können über die rechte Rampe und, wie gesagt, über den Vertical Upkicker dahinter auf das Spielfeld der Black Pearl kommen. Und da kann man sich auch eine ganze Menge Bonus-Sachen holen. Wichtig, auch hier ist der kleine Loop hinter den Targets. Habe ich jetzt oft genug die Ziele getroffen. Sehen wir auf der linken Seite auch diesen grünen Pfeil. Und da gibt es auch noch ein kleines lustiges Special, wenn ich dort reintreffe. Da kann ich jetzt, kann man in der nächsten Aufnahme besser sehen, kann ich direkt gegenüber auf das Schiff schießen, die Interceptor. Also da muss ich auch im richtigen Augenblick den Action-Button drücken, um die Kugel dort abzufeuern und mir da auch nochmal fette Punkte zu holen. Lohnt sich definitiv. Wir haben aber auch hier drunter noch eine ganze Menge sitzen. Wir haben einmal bei Will Turner auf der ganz linken Seite, da haben wir auch Port Royal sitzen, um dort auch die Kapitel zu starten aus dem Film. Und jetzt hier in der Mitte, wo ich gerade getroffen habe, da haben wir die Deadman's Chest. Da kann ich auch klasse später drei Kugeln einlocken und mir da den Multiball holen. Was aber jetzt hier viel, viel spannender ist, ist Chapter Start, was jetzt hier gerade weiß leuchtet. Ich muss einen der Main-Schüsse machen, um in diesen Film auch reinzukommen. Das heißt, wenn ich jetzt Port Royal spiele, dann kann ich auch nachher nur Kapitel aus diesem Teil schießen. Geht aber auch während des Multiballs. Wir haben hier nochmal eben kurz zum Zeigen diesen Lock-Mechanismus aus der Deadman's Chest. Finde ich sehr schick gemacht mit dieser kleinen Schaufelrampe. Ist definitiv ein Hingucker. Ganz links außen haben wir jetzt hier noch den Scoop, die Tiefen der Tiefen. Da müsst ihr aufpassen, wenn die Kugel da rauskommt. Das hat mich beim ersten Mal sehr überrascht. Da ging die Kugel dann auch auf der linken Seite direkt weg. Aber auch hier diese Rampe mit diesem Trichter ist sehr schön gemacht. Und nicht zu vergessen, wir haben unter dem linken Flipperfinger noch das Bayou sitzen. Da können wir uns auch noch was Schönes holen. Und links der Spinner. Da müsst ihr auch drauf achten, wenn die Kugel dort reinkommt. Sie kommt auf dem gleichen Wege auch wieder relativ flott zurück. Direkt auf der Lockbar haben wir auch noch was sitzen oder über der Lockbar. Da haben wir noch mal so ein Quick Guide mäßig ein bisschen aufgelistet, was wir alles machen können, wo wir die Punkte holen können. Aber das Display ist auch wichtig, weil wir mit dem Betätigen des Action Buttons einen Award uns aussuchen können. Und zwar der Award für das Komplitieren der Pirate Lanes. Da komme ich gleich zu. Aber zwischendurch taucht auf dem Display halt auch Gold auf. Also auf dem großen Display. Dann muss ich den Action Button drücken, um das Gold einzusammeln. Und jetzt wird die Sache halt schwierig. Wenn wir hier unten links und rechts haben wir die Buchstaben Pirate. Und wenn wir die alle gesammelt haben, dann kriegen wir den Award, der auf diesem Mini Display angezeigt wird. Den wir mit dem Betätigen des Action Buttons auch wechseln können. Und das im richtigen Augenblick hinzukriegen für die richtige Situation ist enorm schwer. Kann aber auch spielentscheidend sein. Ich kann mir auch ein Ediball holen, wenn ich in einem Multiball drin bin. Also da müsst ihr einfach gucken, dass ihr da schnell genug reagiert und auch das auf der Pfanne habt, was ihr auch wirklich braucht. Bei der rechten Rampe haben wir noch links daneben diese Gold-Targets sitzen. Wenn ich die alle getroffen habe, taucht wie gesagt auf dem Display Gold auf, was ihr euch dann mit dem Action Button holen müsst. Habt ihr 50 Gold, könnt ihr rechts vor den Jets auch den Tortuga-Multiball starten. Bonus-Multiplikatoren sind auch wichtig. Insbesondere dann, wenn ihr schon kurz davor seid, einen ganzen Film durchzuspielen. Können solche Bonus-Multiplikatoren wirklich eine ganze Menge wert sein. Auch auf der rechten Rampe auch mal drauf achten. Jetzt bin ich hier in dem Multiball Deadman's Chest. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch eigentlich gar nicht sicher bin. Und das ist so ein bisschen das Manko an dem Flipper, das ich sehe. Er ist wie gesagt wunderschön. Ich liebe das Thema. Die Filme sind auch klasse. Aber er wirkt halt einfach ein bisschen konfus. Wir haben einen Multiball, der gestartet wird. Wir können im Multiball noch ein Kapitel starten. Und wenn wir gut drauf sind, dann können wir aus dem einen Multiball dann plötzlich den anderen Multiball machen. Und ja, man kommt am Anfang gar nicht hinterher. Man kann gar nicht nach oben hingucken, um zu wissen, wo man gerade ist. Aber das ist bei Jersey Jack immer so. Es gibt viele Multibälle. Damit muss man erstmal klarkommen. Und wenn man ein bisschen reingefuchst ist, macht der Flipper eine ganze Menge Spaß. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.